Was meinst du, Cap? Der Sender muss ein Köder gewesen sein. Irgendwie sind die Taten immer noch. Ihr erhebt euch gegen die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts, Avengers. Es wird echt immer schräger. Was ist mit seinem Gesicht passiert? Ihr könnt mich bremsen, aber ich habe genügend Nebel, um die ganze Welt einzuhalten. Avengers, kein weiteres Schiff verlässt die Quarantänezone. Tony, setz die Triebwerke außer Kraft. Ich dachte, du fragst nie. Komm schon, George. Du tötest Unschuldige. Keine Sprüche, Stark. Untypisch. Vielleicht kann ich seine Schubdüsen ausschalten. Ich bin ein Schubdüsen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat mich... Ich übernehme. Alle aufsterben. Das schafft mir etwas Zeit. Monica hat mich mit ihrem Blutbereich versorgt, Captain Rogers. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich am meisten hassen. Ich bin bereit für den Tod. Zum Wohle. Das Ding auf seinem Rücken hat sehr viel Energie. Bin dran. Schalte seine Hauptschubdüse aus. Gute Idee. Dann könnte es klappen. Ich bin damit. Ich bin damit. Ich bin damit. Das reicht! Ich habe dir was mitgebracht! Jetzt gilt es! Zurück jetzt! Erledigt sie! 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 Erledigt sie!